Hallo, ich bin Cancel Crawl. Ich bin ein Kaninchen-Konintern, und ich bin schon sehr viele Cancel-Kanzler im Vorhaben. Von meisten habe ich schon die Vorhaben verrufen, die euch ja vorbeigehen, weil auch wenn es uns so bei Cancel-Russes aufgeschnitten ist. Ich habe Cancel-Russes mit Augen auf den Fallen, und ja, es ist ganz gut gewesen. Ich habe das letzte Konintern und habe jetzt gespielt. Die Fenster noch zwei Dröckchen, aber das ist auch egal. Diese ist jetzt auf die Zukunft so gestaltet, dass es die in Tel-Sopherson sein könnte. Ich glaube, es war I-TEN-Sachet-Dies. Diese ist für das Overlimit, kann ich mir jetzt sagen, weil man nicht die Overlimit normal haben kann. Die sollen zwei dieser Schusswappen aus Tel-Sopherson sein und diese sollen die Heil-I-TEN sein. Nun ja, auf, jetzt geht es. Tja! Dann gehen wir los! Musik ist schon so wichtig. RUN! 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 Und auch hier Sora, ähm, Version 3 glaube ich, ich weiß es nicht mehr. RAUN! RAHN! B할! SPRUN! RUN! 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 SHARE IT SEL! BAK Pittsburgh! RUN! Oh, bring him up, bring him up, but you can be the same stormy, jedenfalls. So, Leute, der Tart ist jetzt auch nicht fest genug, auch wenn man Gamecube spielt. Also, ja, genau bei nahen, die normalerweise sind. Ja, das ist schon ein paar Sachen. Ich bin nur so ernsthaft, die Biest. Die meisten Kälso-Kälso-Kälso-Kälso-Kälso-Kälso-Kälso-Kälso-Kälso. Spielen Und keine Sorgen der Leute, funktioniert immer noch im Hochbett des Abends Die fragen mich ob ihr schon zweifeln könnt Ich werde fest, ich werde fest, kam das schon Das neue, verbesserte, äh, Dubai-Short ist Oder Welcome to Quest Und ja, sieht irgendwie seltsam aus So, hat sich andere überlegt Ich weiß nicht, wie, 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 wie das Tails da läuft Ich kann nicht nur die Gegner holen Ich habe eine Rage Ich habe einen kleinen Frisch Jo, ich bin eine kleine Frisch Ich hab einen von Juste in den hier Und lass mich ein bisschen ansehen in denромpressen Aber bitte Biest! Rimonic Turkel! Neue Soundeffekte! Cool genug! Nun ja! Ja, äh, ja jetzt! Also... Und jetzt noch einmal! Oh, geht nicht mehr! Jetzt noch eine mystische Art! Rein schocken! Olaf war konstruiert, je nachdem. Juri versucht es wenigstens zu verfolgen, und jetzt noch einmal! Und jetzt noch einmal! Und jetzt haben wir noch leider... Äh, das bleibt so was Eis! Nichts, wenn wir weg, und wir sollen über... Wissen wir, wo sie nachkommen, Leute? Eis? Und jetzt noch einmal! Oh, nein! Eis! Oh, nein! Oh, nein! Oh! Oh, nein! 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 Das wäre wirklich eingefressen gewesen. Zu eurem Brief fällt Ihnen jemand von euch Sam & Cooler-Itsch-Fans. Sie haben selbst Sam & Cooler-Itsch-Fans über Captain Falco gemacht. Ich glaube, das ist einer der Charaktere, der mir in Castle-Itsch-Fans noch fehlt. I'll show you! One! 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 Shut up! One! Two! Two! One! 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 Die Monikäer, die Monikäer, die Monikäer, die Monikäer, die Monikäer. So, geschafft. Und leider haben sie dieses Mal leider nicht das Boy hineingetan. Und ja, Leute, ich hoffe, dass du bildest. Tales of Walls, Leute. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute.